Was geht aber Leute? Ich bin Daniel Zuhansag und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video. Im letzten Kreuzer-Rätsel hatte ich die Hauptstädte Europas. Aber, okay, ich habe Slowenien nicht gewusst. Es, ich weiß immer noch nicht, weil ich gerade direkt in einer Schleife ging. Hat einen ganz komischen Namen, sagen wir es mal so. Sorry an alle Slowenien, ey. Ich meine, Leute, unsere Hauptstadt hat einfach Berlin. 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 B-E-R-L-I-N. Ja, und von Frankreich ist die Hauptstadt Paris. Und drumherum halt, ja. Ich will damit aber sagen, ja. Es hat irgendwie einen ganz komischen Namen. Sorry, aber auf jeden Fall egal. Denn jetzt wird es nachher auch für mich ein bisschen schwerer. Ja, denn jetzt kommt die Hauptstädte Asiens. So, deshalb erstmal Irak. Ja... Ähm... Ja... Ey, das ist hier... Das ist dieses Land. Ähm... Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ich... Ja, okay. Ich... Ja, ich verwechsel immer die Länder. Weißt du ja hier, ähm... Irak, Iran... Verwechsel ich immer. Okay. Okay. Also Bagdad ist Irak. China. Echt jetzt? Das englische Wort. Okay. Normalerweise sagt man ja in... Deutschland. Peking. Die haben aber das englische genommen. Beijing. Oder sowas. Chinesischer. Oder chinesischer. Keine Ahnung. Okay. Indien. Das ist... Neu Delhi. Katar. Doha. Kir... Kirgistan. Keine Ahnung. Indonesien ist... Jak... Jakarta. So. Afghanistan ist Kabul. Aserbaidschan ist Baku. Schöne Stadt Baku. Habe ich aber nur von Google Maps gesehen. Daher weiß ich das. So. Südkorea. Südkorea ist ja das... Gute Land. Ist ja nicht das Kim Jong Un. Und deshalb ist es nämlich nicht Pyongyang. Nein. Es ist das schönere Seoul. Saudi-Arabien. Ist Riyadh. Wo alle unsere Kirmes zu angeschaltet sind. Jordanien. Ja. Weiß ich nicht. Tibet. 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 Okay. Kyrgyzstan. Wie... Wie... Nein. Du darfst es nicht sein. Komm mal da. Wie schreit jeder. Kanu. Hä? Muss einfach gucken was Tibet ist. Lh. Lh. Ähm. Jordanien. Ah. 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 Ähm. Äh. Hehehehe. Hm. Ich werde... Jetzt... Jetzt reiß mich. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Wisst ihr was ich jetzt deshalb mache? Sorry. Ihr werdet es nicht sehen. Ich google das jetzt aber. Ja. Ich google das jetzt. Also erstmal. Tibet ist in China? Lol. Tibet ist bei China. Wusste ich nicht. Jogi. Ich wusste immer dass Tibet existiert. Okay. Erstmal Tibet. Lasa. Okay. Ähm. Was war das untere dann? Jordanien. Lasa. Okay. Ähm. Was war das untere dann? Jordanien. Amman. Und jetzt ähm. Kyrgyzstan. Ähm. Ich hab keine Ahnung. Ähm. echt jetzt dass das c war richtig geiler name leute wenn in zwei stadt bis alter wer nennt sein stadt bitteschön bis alle alles voller keks auf jeden fall das war's für das video bis zum nächsten mal falls ihr dieses video gefallen hat dann lasst ein like da und falls euch mal eine andere video gefallen dann abonniert den kanal und drückt euch glück kommt kann das video zu verpassen und auf jeden fall schreibt alle in die kommentare f an alle die aus bischkeck kommen na ja zudem kann man leider sagen ja